Jo, Pflanzenvase, mit Garnelen, B.S. und Schnecken und drei ganz kleinen Robilionfische als Indikatorfische. Pflanzenvase 8 Liter, 25 cm Durchmesser, Pflanzenwasserpest, indischer Wasserwedel und Ludwigia. Bodengrund Sand, Besatz Passonschnecken, 6 White Pearl Garnelen und drei sehr, sehr kleine Gubbi-Jungtiere. Beleuchtung 5 Watt LED, Bodengrund Sandkiesgemisch, keine Filterung, keine Heizung, Temperatur etwa 21 bis 22 Grad. Ja, das sind so die Fakten. Ist ein Testballon, steht auf meiner Lautsprecherbox. Eigentlich kein direktes Sonnenlicht, aber indirektes Sonnenlicht, weil es halt am Fenster steht. Okay, ich mache Updates. Okay, bis dann.